Herzlich Willkommen im Ferrum zur nächsten Übung der Woche. Heute mit dem Bruno und zwar machen wir ein turbo wackeliges Workout. Einmal die Ringliegestütze und einmal Klimmzüge. Die Ringliegestütze auf dem Boden, das heißt die Ringe stehen quasi nach oben gerichtet auf dem Boden und ihr macht Liegestütze richtig tief gehen. Bei den Klimmzügen bitte aushängen, richtig lang. Wir machen drei Liegestütze, drei Klimmzüge, zwei Liegestütze, zwei Klimmzüge und 1-1. Und das Ganze auf Zeit. Ich habe hier meine Stoppuhr. Das klingt jetzt erstmal relativ easy. Macht es erstmal nach und versucht es schneller zu machen. Okay, wenn du soweit bist, folge ich hier auf go. Auf los geht los. Und hier richtig aushängen. Also 3-3-2-2-1-1. Undxplinze, fertig. Und los geht's. Tief gehen. 1-2, jawoll. 3. Lang. Jawohl. Lang. Okay. Zwei Stück. Sehr schön. Zwei. Jawohl. Zwei. Jawohl. Eins. Lang machen. Und letztens. Fokussiert. Dass du nicht umkippst. Bei den Ringliegenstützen auf die Nase aufpassen. Jawohl. Zauber. Einmal noch. Okay. Sehr schön. Richtig gut. Eine Minute und elf. Eine Minute und elf. Vielen Dank fürs Vormachen. Alles gut. Hat sehr gut geklappt. Wie gesagt, Verletzungsgefahr aufpassen. Mit der Fresse immer schön zur Seite schauen. Bis bald. Ciao. Aufpassen. Aufpassen. Aufpassen.